Hallo und herzlich willkommen bei Musikverein Höfingen, das heißt eigentlich beim Projekt Orchester der Jugend. Schön, dass ihr hier reingeklickt habt. Die Jungs und Mädchen hier, die bereiten sich seit Wochen ganz fleißig auf unser Adventskonzert vor. Das wurde jetzt leider Corona-bedingt abgesagt und deshalb hatten wir die Idee, dieses Konzert mit euch per Video zu teilen. Wir befinden uns hier in der Werkshalle der Firma Robert C. GmbH in Höfingen, das sieht man. Hier können wir als Orchester mit ganz viel Abstand unbeschwert proben. Und die Leiterin des Projektorchesters, die Jördis Geiger, hat mit ihren Musikern fünf ganz tolle Stücke einstudiert, die sie uns heute präsentieren wollen. Und als erstes hören wir den Majestic Marsch. Viel Vergnügen! Musik 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 Das nächste Stück, das wir hören, das ist ein Stück für Orchester und Percussion, Sie können gespannt sein auf Drums of Corona. Musik 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 Ein drittes Stück hat das Projektorchester uns einen weiteren Marsch vorbereitet, den Gallandmarsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dass die Jungs und Mädels auch festig spielen können, das hören wir jetzt bei Let's Rock. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bevor wir jetzt den letzten Titel Beethovens 9. hören, bedanken wir uns ganz herzlich fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Wer noch Lust auf weitere Infos zum Verein oder zur Jugendarbeit hat, der findet das auf www.mvhöfingen.de oder auf Facebook oder auf Instagram. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und was in die Kommentare schreibt. Ansonsten sagen wir macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß bei Beethovens 9. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Musik Musik